Der Winter steht vor der Türe und wir freuen uns. Ich hoffe, du freust dich auch. Obwohl wir jetzt schon wissen, dass es nicht einen ganz normalen Winter geben wird. Aber hey, so ist es jetzt einfach mal. Wir in Laax werden alles daran setzen, dass du dir den nächsten Winter in guter Erinnerung behältest. Und zwar mit fetten Powder-Abfahrten, coolen Tricks im Park, einfach schönen Bögen auf der Piste, Sonne geniessen auf der Terrasse mit euren Freunden und euren Familien. Wenn wir zusammen diese Massnahmen einhalten, dann werden wir sicher einen geilen Winter haben. Gesundheit und Sicherheit von euch sowie von unseren Mitarbeitern ist bei uns erste Priorität. Wir haben verschiedene Massnahmen getroffen und eine davon ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss den Anforderungen des BAG entsprechen und die kann bei uns auch in verschiedenen Shops gekauft werden. Überall wo man die Mund-Nasen-Bedeckung anlegen sollte, ist es entsprechend beschildert. Du hast gesehen, das hat wahnsinnig viele Leute an der Kasse. Was wollen wir machen? Ich glaube, das ist eine einfache Lösung. In Laax empfehlen sie ja eh schon die ganze Zeit, auf online zu gehen. Das ist unser Tipp an euch. Nutzt die Inside Laax App, kauft eure Sticker dort. Ihr müsst nicht anstehen, ihr müsst nicht in die grossen Menschenmengen hinein und seid schneller auf dem Berg. Kommen wir Jungs, wir gehen ins Galaxy essen. Oh nein! Der muss nicht immer so lange anstehen. Nein, nein, das ist der Winter ganz neu. Wir können absitzen und das Essen kriegen wir. Okay, dann probieren wir es auch. Okay, komm! So, gut, QR Code scannen. Zwei Mal Pommes frites. Zwei Mal Tagesmenü für uns. Tischnummern eingeben. Bestellen. Im Laax setzt man den Winter vermehrt auf Mobile Ordering. Vor Ort kann man auf der Inside Laax App sowie aber auch Manikiosk bestellen. Neu ist das im Galaxy, auf dem Vorab, so wie in Nagens. Aber auch im Tal wird es mega cool, weil auch dort könnt ihr mobile ganze Haufen verschiedene feine Essen direkt in eure Ferienwohnung liefern lassen. Mein Tipp neu. Q-Alert. Vergesst das nicht. Dort könnt ihr schauen, wo und wie viele Menschen sind. Hallo. Hoi. Danke. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr in der Inside Laax App Tutorials. Es wird sicher nicht der Winter der grossen Partys werden, aber ein Barbetrieb ist möglich. Es soll uns nicht davon abhalten, mit Freunden oder mit Familie am Abend eins trinken zu gehen. Bei jeder Bar und bei jeder Lounge wird ihr am Eingang und Tisch zugewiesen. Auf dem Weg zum Tisch treibt man selbstverständlich die Mund-Nase-Bedeckung. Konsumieren darf man natürlich nur im Sitzen. Also, Viva! 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 Viva!